Hallo liebe Zwillinge, hier ist die Inbal von Inbalstarot.com. Herzlich willkommen! Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Oktober bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen. Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres-, Monats- sowie Wochenlegungen und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, die ich hier einsetze. Außerdem sind auch meine Social-Media-Accounts auf Facebook und Instagram unten aufgeführt. Nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Zwillinge, als erstes kommt mir intuitiv ein deutscher Schäferhund in den Sinn. Deutsche Schäferhunde sind sehr talentierte Hunde, werden sehr oft als Polizeihunde eingesetzt, Drogenspürhunde, also ein Tier, das wirklich viele bewundernswerte Eigenschaften aufweist. Die Sache ist nur die, wenn ich einen deutschen Schäferhund sehe, dann finde ich den vor allem knuddelig. Wenn ich irgendwo einen Drogenspürhund sehe oder Schäferhund, während man eigentlich sich unwohl fühlen sollte, wenn ein solcher Hund an einem vorbeiläuft, würde ich den am liebsten streichen. Tue ich natürlich nicht, ist ein Diensthund, aber mir kommt bei deutschen Schäferhunden vor allem in den Sinn, wie unglaublich hübsch sie sind und kuschelig. Und dann noch als Welpe, also da fällt man um, das ist so süß. Und ich glaube, Zwillinge, dass du dich im Oktober unterschätzt fühlen wirst. Im Oktober bist du sozusagen ein deutscher Schäferhund, hast einiges drauf, oder bist gut trainiert, hast einiges drauf, emotional, intelligent, auch sonst ein intelligenter Hund, ja. Nur, da kommt jemand und findet dich vor allem süß und will dich knudeln. Und ich weiß nicht, ob dir das so gefällt, dass man dich so unterschätzt, ja. Schauen wir mal, was die Karten sagen werden. Drei Karten bitte für Zwillinge im Oktober 2020. Hier, hier und diese hier. 28 Sieg, Quersumme 10, Quersumme 1 Sieg. 13, Quersumme 4 finanzielle Hürden. 51, Highlighter Zeiten, beziehungsweise der Gezeiten. 51, Quersumme 6. Okay? Hier habe ich die Quersumme 10, hier habe ich dann 4 und 6, Quersumme 10, auch wieder die Quersumme 10, auch wieder 1,1. Und was ist die 1,1? Die römische Darstellung 1,1? Ist die hohe Priesterin im Tarot. Das ist die hohe Priesterin im Tarot. Und die hohe Priesterin im Tarot ist deine Karte, Zwillinge. Und es steht hier für mich dafür, dass du deinen Frieden damit schließen sollst, dass du nicht nur ein toller Hund bist, wenn es um Funktionelles geht, sondern dass du dich mit deiner süßen, knuffligen Seite anfreunden sollst. Wer auch immer das ist, das in dein Leben tritt und deine süße Seite sieht und diese süße Seite vor allem schätzt, dieser Mensch kommt, um dir beizubringen, dass auch das eine Qualität ist und dass du durchaus diese Seite von dir zeigen darfst. In Bezug auf die Abfolgen hier sehe ich, dass das eben diese andere Seite von dir, das Süße, das Niedliche für dich dazugehört, damit du deine Lebensziele erreichen kannst. Schau, ich habe hier Sieg und dann Hürden und dann Heiler der Gezeiten. Hier die Quersumme 6, die Liebendenkarte, ja, auch deine Karte im Tarot. Damit du ganzheitlich, ganzheitlich erfüllt bist, musst du deine andere Seite auch akzeptieren. Wir haben hier finanzielle Hürden. Finanzielle Hürden stehen nicht nur dafür, dass man kein Geld im Portemonnaie hat. Das steht auch für Zeit, dass man nicht aufteilen kann. Das steht auch für Verantwortung, dass man nicht überall abgeben mag, ja. Es scheint mir hier, als ob du zu sehr in deiner männlichen Energie gewesen bist bisher, ja. Sehr viel investiert hast in das Materielle, in das Geschäftliche und alles. Siege eingeheimst hast, ja. Aber jetzt, um ganz zu sein, auch deine andere Seite, deine süße Seite wieder hervorholen solltest, ja. All diese taffen Schäferhund-Polizeihunde da waren allemal knuddelige Welpen, ja. Und das soll hervorgebracht werden, ja, damit du dich ganz fühlst, Zwillinge. Schauen wir mal, was die Karten sagen werden. Zwillinge im Oktober 2020, bitte. Zwillinge im Oktober 2020. 10 der Kelche startet hier direkt, wir haben auch hier die Quersumme 10, hier haben wir Sieg. Hier geht es um folgendes, Zwillinge, wenn es um Materielles geht, wenn es um Sicherheiten geht, wenn es um den Job geht, wenn es um Ausbildung geht, hast du die 10 der Münzen erreicht, ja. Und 10 der Kelche ist die erste Karte der Legung, die erste Karte bestimmt die Energie der ganzen Legung. Das hier ist der nächste Schritt, den du anpeilst. Glück im Herzen. Den Sieg hast du, ja. Und jetzt möchtest du auch Glück finden, ja. Glücklich sein. Du sagst, ich habe jetzt alles getan, was ich als Drogenspürhund oder machen muss, was ich können muss, ich bin super, ich bin gut trainiert, ich bin in dem, was ich tue, sei es im Job, Ausbildung, sonst was, bin ich jetzt gut. Und jetzt kommt das private Glück, bitte. Ja, ist wieder rein. Und genau das Thema Zwillinge hast du bisher vernachlässigt, ja. Wir haben hier 6 der Münzen. Hier haben wir finanzielle Hürden mit Quersumme 4, das ist 4 der Münzen. Du hast hier, damit du woanders deine 10 der Münzen hast, deine Sicherheit hast, deine Ausbildung hast, deinen Aufstieg hast, hast du beim Thema Liebe, Glück, Freunde, Freude und alles, ja, hast du dich zurückgehalten. Bei 4 der Münzen ist dieser Mann da, der diese Münze so zurückhält. Nein, ich gebe dir keine Zeit. Und wenn ich dir was gebe, dann nur wenig. Okay? Du scheinst hier in Liebesangelegenheiten, Familienangelegenheiten etc. 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 nicht sehr viel Zeit investiert zu haben, weil du die Zeit und die Ressourcen woanders benötigt hast. Okay? Königin der Schwerter, deine Karte im Tarot, deine Karte im Tarot, Königin der Schwerter und 3 der Münzen. Ähm, das ist eben, das war deine Einstellung bisher. 3 der Münzen, hier geht es um den Aufstieg, ja, hier peilt man eben diesen Sieg da an. Du hast bisher gesagt, es muss sein, dass ich hier knallhart auftrete und mir einzig Zeit nehme für das, was ich hier vorhabe. Ähm, hier sehen wir einen Gelehrten, der dich lehrt, der ist ein, ähm, auf einer Bank, auf einer Erhöhung, weiss also etwas besser wie du. Das kann der Chef sein, die Chefin sein, der Lehrer, die Lehrerin. Und du warst hier knallhart mit dem hier beschäftigt, mit diesem Aufstieg. Okay? Und so wie es scheint, war das Problem hier vor allem auch, dass du in Bezug auf die Liebe, auf Familie, auf Freunde etc. etc. Dass du da einfach zu viele Rauchwolken hattest, als dass du es für ein vernünftiges Thema halten könntest. Also deine Ansicht damals war, es ist sowieso alles durcheinander, ja, in der Liebe, in der Freundschaft, bei der Familie. Da kümmere ich mich doch lieber um das, wo ich klar vorwärts sehe und das ist dieser Aufstieg. Ja? Ja, den hast du, den hast du bereits. Aber deswegen warst du so zurückhaltend hier. Acht der Schwerter, neun der Schwerter. Gib mir einen Moment. Es kommt hier eine Information auf dich zu, Zwillinge, die dich unerwartet trifft. Es ist eine, ich sehe hier keine schlechte Nachricht. Ich sehe hier keine schlechte Nachricht. Ich sehe hier eine Nachricht, die das Weiche in dir hervorbringen soll. Okay? Bei Acht der Schwerter geht es darum, dass man etwas erfährt, das man so nicht erwartet hat. Wenn man eine Nachricht erwarten würde, dann würde man nicht so reagieren. Wenn ich wüsste, dass ich morgen einen Liebesbrief bekomme, dann bekomme ich diesen Brief und dann tue ich das, was ich damit jetzt plane. Aber wenn es mich morgen unerwartet trifft, wenn da plötzlich was da liegt in meinem Briefkasten, dann reagiere ich so. Es kommt hier etwas auf dich zu, das eigentlich positiv ist, das dich aber zu neun der Schwerter treibt. Warum? Weil du jetzt deine weiche Seite zeigen sollst. Das hier wird dir vorgelegt, zehn der Kelche und deine Reaktion ist das hier. Um zu zehn der Kelche zu kommen, sollte man bei neun der Kelche sein. Wissen, was man will. In Bezug auf Herzensangelegenheiten. Aber du warst mit deinem Kopf ganz woanders. Wir haben hier auch Schwerter. Das sind deine Zeichen im Tarot, deine Symbole. Steht für Gedanken. Und es wird dir etwas vorgelegt, dass deine süße Seite hervorholen soll, dass deine weibliche Energie hervorholen soll, während du mit deinem Kopf komplett bei diesem Aufstieg hier warst. Und jetzt weisst du nicht, was tun. Du müsstest jetzt eigentlich ausgeglichen, reagieren, sprich rauskommen aus deinem Kopf und mit deinem Herzen antworten. Vorerst bleibst du da noch ein bisschen verzweifelt in deinem Bett. Okay, das ist eine positive News hier, die dich unerwartet trifft. Wir haben hier Heiler der Zeiten stehen, Quersumme 6. Die liebende Karte ist deine Karte im Tarot. Es ist genau das, was du wolltest in Herzensangelegenheiten. Es ist genau das, was du dir vorgestellt hast, was du dir gewünscht hast. Aber siehe da, dein Kopf ist ganz woanders. Und deswegen gibt es jetzt diese Überkreuzung. Okay? Du bist hier immer noch in was anderem investiert. Du bist hier eigentlich mit neun der Münzen, sechs der Münzen hier, drei der Münzen hier. Mit neun der Münzen bist du hier eigentlich dabei, woanders deine zehn der Münzen einzuheißen. Ja, und jetzt sollst du plötzlich noch deine andere Seite beachten. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten zwei weitere reinlegen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich für jene, die es mit jemandem zu tun haben, fragen, was es hier gibt, was ihr noch nicht über euer Gegenüber wisst, aber wissen solltet. Und da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.